Geh hoch, sag ich mir. Oh mein Gott, guck mal auf, ich war's nach oben. Peace out of Baskervance, Kevin. Und heute ein neues SCP-Game. Legendär, die ganzen Kreaturen, man kennt sie. Und das ist eine Version, die gab es damals schon. Und das ist eine neuere Version. Deswegen sind wir mal gespannt, was uns da erwartet. Genau, SCP-087 war ja damals ein sehr, sehr gehyptes Game. Das war 2012 oder so. Und das ist jetzt ein Remake davon. Ist eher so auf gruselig, Spannung. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht übertrieben Jumpscare oder sonst was, Horror-Game. Sondern so auf gruselmäßig Atmosphäre aufgebaut. Genau, und wir sind gespannt, was uns da erwartet. Daumen hoch, Leute. Für mehr Grusel-Videos. Abonne den Kanal, aktiviert die Glocke. Um nichts zu verpassen, let's go. Okay, es geht direkt los. Wir haben hier mit... Fragezeichen. Playing Dokument. Okay, wir können nicht raus. Was stand da? Radio. Exit. Wir können raus. Wollen wir raus oder verlassen wir das Spiel? Okay, wir sind ja hier reingegangen. Anscheinend sind wir irgendein... So wie so ein Kammerjäger. Und gehen erstmal diesen schönen, nicht beleuchteten... Keller, ne? Ja, sieht echt aus wie ein Keller, ne? Und vielleicht wurde hier eine Kreatur festgestellt. Und wir sollen gucken, was mit dieser Kreatur abgeht. Könnte ich mir jetzt vorstellen. SCP-087 wurde hier irgendwo gesichtet. Okay. A light source is required for subject exploring. Und wir haben wirklich die mieseste Taschenlampe, die man sich wünschen kann. Weil man geht lang und erst dann wird's hell. Okay, dieser SCP-087 absorbiert Licht. Deswegen ist hier kein Licht. Ach krass. Deswegen ist das so schwer beleuchtbar alles da, ey. Okay, der soll wohl ganz unten sein. Okay, tief im Dunkeln. Wir können ja mal gleich gucken, wie diese Kreatur eigentlich aussieht. SCP-0... Da... Ist da was hinter uns? Boah. Guck mal. Ey, voll die Stampfer. Oh mein Gott. Sind die eigentlich riesig? Pst. Oh mein Gott. Ey, ich frage mich gerade, wenn der kommt. Wir können ja nur laufen, ne? Ja, ist der hinter uns oder vor uns, ist die Frage. Bleibt mal kurz stehen. Von oben? Ob er auch groß ist, wenn er von oben kommt, ne? Ja, ich steige mir vor, der ist hinter uns. Okay, wir gehen mal weiter. Okay, es sieht alles gleich aus. Wow. Okay, wir haben Paranoia gerade. Jetzt klopfen. Ist das unser Herz, ist die Frage? Das ist die Frage, ja. Da steht jetzt 15. Warte, die Zahl hat sich eben verändert. Ah, 16. Ach, das sind die Etagen. Ah, Stockwerke. Und da stehen Meter. Wir sind jetzt 48... 48... 45... Wow. Und das in der Tiefe, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. 45 Meter tief, glaube ich. Boah. Oh mein Gott. Als ob da gerade einer neben uns lang geht, ne? Ja. Oh mein Gott. Okay, irgendwas hört sich an wie ein Kind, das weint. Die Frage ist, wo ist der Boden? Ja. 60... Leute, da ist das Wein. Okay. 60 Meter tief, da kommen schon ein paar mehr Geräusche. Was meinst, wie viele Etagen gibt es? Boah, vielleicht so um die 50, vielleicht Halbzeit gerade? Wir müssen alle raten. Oh, war da was? Die Frau oder das Mädchen, das weint. Leute, schreibt in die Kommentare, wie viele Etagen wird es geben hier. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei der Halbzeit. Du meinst 50? Boah, denke ich mal. Du? Ich sage 45. You can hear the sound of crying unter dir. Ja, wir hören es. Okay, 6 flights down ist das. Also 6 Stockwerke oder was? Ich glaube... Oh mein Gott, wie kommt das? Oh, man merkt, da ist noch jemand bei ihr. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist... Yo, das Licht. Das Licht. Der ist hier in der Nähe, Mann. Der saugt das Licht auf. Ja. Boah, dann sehen wir hier gar nichts mehr. Unser Kameralicht darf nicht ausgehen. Das stand 6 Stockwerke. Stimmt, das heißt bei 2... Oh, da war was. Noch mal kurz. Da war was, Mann. Oh mein Gott, hab ich gesehen. Hast du gesehen? Oh, weg. Ich will hier nicht weiter. Ja, wirklich was kurz. Ich hab's ganz kurz und mir von... 31. 31er. Oh mein Gott. Warst du ekelig, Mann? Und das geht immer so langsam, das Licht. Schon sehr... Oh, oh. Alter. Ich frage mich gerade, ob wir die Frau zuerst sehen. Oder das SCP-Monster. Okay, es ist unklar, ob es ein Ende gibt. Ja, Mann. Stand da. Boah, ist unklar. Ja. Ich glaube, das geht für immer so weiter. Freunde, wir sehen uns dann gleich bei Etage 100. Wir sind zu tief drin, dass wir jetzt hochgehen. Wir stecken zu tief drin, Digga. Das wird immer kranker. Das machen wir nicht mehr aus dem Schlamassel. Müssen wir jetzt auslöffeln, die Suppe? Boah. Stell dir mal vor, in der Mitte jedes Gang ist es nur so ein Radio. Und wir denken die ganze Zeit, ah, das, da ertönt das Wein. Vielleicht ist es nur unsere Gedanke. Wow. Geh hoch, sag ich mir. Oh mein Gott. Guck mal, ob ich war so hoch. Wow. Weiter. Weiter. Ab der Fisch. Alter. Boah. Boah. Alter. Alter. So Gänsehaut. Oh mein Gott, Mann. Ey, der ist hinter uns, Digga. Ja, Mann. Der ist überall. Ich guck nicht mehr hoch, Mann. Guck mal an die Wand, ob da ein Pfeil ist. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow, außen dunkel. Wird irgendwas geworfen, Alter. Was ist das? Leute, Beton. Illus piece of concrete. Irgendwie Beton. Ist einfach runtergefallen. Ich stelle einfach, das wäre auf unseren Kopf gefallen, Alter. Alter, hier ist irgendwie alles so grau. Sieht immer ranziger aus, ne? Da stand eben irgendwas, die Struktur ändert sich auch, umso näher wir den Kommen oder so. Wow, der saugt nicht nur Licht auf, sondern auch die Betonstruktur. Da war der, Mann. Der war da an der Seite. Wie eben, ja. Mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Ey, wir sind gleich bei 50. Oh. Ob ich recht hatte? Wir sehen's. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Halter. 50. Zumindest passiert jetzt was. Ansage. Es passiert was. Oh, du hast recht. Ein bisschen schon. Du hast recht. Oh mein Gott. Du hast recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Gesicht, Digga. Das war voll das Menschen Gesicht, Digga. Ich renne. Ich renne. Alter. Was geht ab? E-Subject. Has encountered. SCP 0871. Fuuuuh. Oh, der hat keine Augen, keinen Mund und so. Oh. Was geht ab? Woher kommt das? Aus dem Dunkeln kommt Blut, Mann. Er hat keine Augen und keine... Ja, kein Mund. Keine Nasenlöcher. Okay, krass. Alter, was war das? Oh, 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 oh. Boah, wie tief wir schon sind. Oh mein Gott. Will die Frau jemals erreichen? Was ist das denn? Irgendwelche. Da ist ein Loch in der Wand. Loch? Kann man durchgucken? Können wir durchgucken? Oh, sollen wir durchgucken? Oh, ja, Mann. Wir gucken durch. Vielleicht sehen wir die Frau. Dicker Jamske. Boah, eigentlich kriege ich so einen Jamske, oder? Ach, Sound. Ein Sound. Hinter uns. Oh nein. Wir haben durchgucken, es ist hinter uns ein Geräusch. Jetzt sind wir tot. Something knocked you on the ground. The Voice Camera. Okay, die Kamera ist gedroppt. Jemand hat uns runtergeworfen. Der nimmt das. Was? Oder sind wir das? What? 60. Okay, wir haben uns recovered. Stehen wir wieder? Ja. Wir sind auf 60. Okay, die Kamera ist beschädigt. Kleiner Riss. Trotzdem nimmt sie auf. Weiter geht's. Ja, wir müssen weiter kämpfen. Oben rechts auch ein kleiner Kratzer. Das wird immer kranker. Ey, krass, dass ich das Loch überhaupt gesehen habe. Ja, hätte man fast nicht gesehen. Hätte man auch voll übersehen können. Ja, man schickt auch die Wände ab. Ich gehe lieber an der Wand lang, Alter. Genau, können wir nochmal umdrehen, falls er kommt. Oh, Hölle. Sehr motivierend, jetzt weiter runter zu gehen. Ja, es wird immer schwärzer, ja. Boah, gleich alles rot oder was? Immer dunkler. Alter. Oh. Wir sind auf 66. Alter, die Struktur sieht immer ranziger aus. Wow. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Was ist das denn? Wow. Ne. Ne. Zacken. Es wirbt die Stange, Digga. Wow. Oh, die Struktur verändert sich. Aber komplett. Die sind ganz nah. Und irgendwelche Stangen, wo viele auch immer stehen. Wir müssen gleich gucken, wie der aussieht, Alter. Mich interessiert das jetzt. 69. Man sieht ja immer nur so kurz, ne? 70. Wow. Ja, wir googeln gleich. Okay. Ah. Wow. Weiter. Ey Leute, Ansage, es gibt 100 Etagen. Da war noch ein Fragezeichen. Oh. Piece of long hair, like Material. Okay, das sind anscheinend Haare. Ach so. Die aus dem Boden kommen. Okay, Haare. Läuft. Ein sehr behaarter Typ. Und der Frau hat man auch nichts mehr. Das war dieses Mal ein anderes Auge. Der hatte doch gar keine Auge. Ja, das war ein anderes. Oh mein Gott, Leute. Jetzt sind wir in der Hölle. Offiziell. Oh, oh. Wir sind immer tiefer und tiefer und tiefer. Wir sind einfach bei 78. Ich bin gespannt, ob es da ein Ziel gibt. Okay, organisches Material an den Wänden und Boden. Oh mein Gott. Überall geklebt wird das Blut. Okay, der... Oh mein Gott. Das ist... Oh mein Gott. Irgendwas. Dann werden wir aufgespießt, oder was? Oh, wir sind... Gefangen. In den Haaren. 68. 232 Meter unter der Erde. Überleben wir das oder nicht? What? Wer hat es uns runtergeworfen, oder was? Hoch oder runter? Es geht abwärts. Ey, Leute, werden wir gerade sowas von in die Hölle gezogen? Okay, die Kamera wird runtergeworfen und planiert das Signal. Das heißt, es wird immer tiefer, ne? Die Meter ändern... Oh, da die Meter. Genau. Sieht auch, als würde es sich hoch. Also die fällt. Ja, ja, stimmt. Ey, Leute, vielleicht sieht die Kamera irgendwas, was wir niemals sehen werden. Vielleicht hat das auch gar kein Ende. Ich denke, es geht immer so weiter. Und das Wein hört man auch immer. Und der lebt einfach in dieser unendlichen Welt. Oh, Low Signal. Die Kamera müsste jederzeit aussehen. Der Druck wird immer höher. Einfach nur die endlose Dunkelheit. Alter, okay, kein Empfang mehr. Kamera kaputt. Wir werden nie erfahren, was in 1000 Meter Tiefe ist. SCP-087. Okay, krass. War mal so die Verdeutlichung. Ey, es nimmt hier kein Ende. Wir können jetzt nochmal googeln, wie dieses Monster aussieht. Das interessiert mich. Ob es das echt gibt oder... Oder ob man das auch ganz sehen kann. Ja, man. Okay, Leute, wir haben jetzt hier verschiedene Bilder. Hier ist jetzt von GTA so ein Mod. Aber so soll der aussehen. Ja. Also da sieht man so ein bisschen mehr als Umrisse. Ja. Dann hier nochmal. Genau. Halt nur Augen. So ein komischer Mund mit Zähnen. Keine Nasenlöcher. Keine Nase. Das sind so die Merkmale von ihm. Ja. Oder so. Das ist ein bisschen... Sehr crazyes Bild. Ja. Also so war das ja im Spiel. Das ist verschwommen. Keine Pupillen. Keine Nasenlöcher. So ein bisschen Voldemort. Er hat zwar eher keine Nasenlöcher. Ja, so wie Voldemort. Guck mal hier. Ja. Also so... Ja. Unhälter. Ja, ungefähr so. Ja, ja. Und das war gewollt, dass man ihn nicht ganz sieht. Ja. Ja. Krank. Aber in dem Fall sehr krank. Es gibt ja noch andere SCP-Games. Leute, wenn ihr gute kennt, schreibt es in die Kommis. Genau, dann werden wir die auch zocken, wenn ihr da Bock drauf habt. Daumen hoch, wenn wir die auch zocken sollen. Genau. Ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keinen Willen zu verpassen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Peace!